Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Hier ist heute Eva für euch und ihr kennt mich vielleicht von Do-It-Yourself-Inspiration, aber ich habe noch einen zweiten Kanal, nämlich Tolle Wolle, wo ich ganz viel häkle und auch ein bisschen stricke. Und zu dem Thema möchte ich euch heute diesen Round Knitting Loom vorstellen. Das ist kein Loom, um Armbänder zu machen, sondern ein Strickloom. Damit kann man, wie ihr hier auf dem Bild seht, unten stricken und ich mache heute ein Unboxing damit. Das ist einmal diese Großpackung, da sind vier Stück drin, in hellgrün, lila, orange und in dem schönen pink. Das Ganze ist einmal der kleine in 5,5 Inch und 14 Zentimetern, also einmal das englische, einmal das deutsche. 9,5 und 24 Zentimetern, 7,5 Inch und 19 Zentimetern oder 11,5 der ganz große mit 29 Zentimetern. Die sind halt für unterschiedliche Größen von Mützen. Hauptsächlich kann man damit super Mützen oder Socken machen, also alles was rund ist. Man kann damit auch Loops machen, also Rundschals oder man kann damit auch glatt stricken. Das sieht auch super schön aus. Dann ist da, also dabei sind die vier Ringe, dann ein Haken und eine Nadel, also insgesamt sechs Teile. Dann wollen wir mal reingucken. Das Ganze lässt sich hier an der Seite öffnen. Auf der Rückseite habe ich hier noch die Anleitung. Wenn ihr damit was gearbeitet sehen möchtet, schaut mal bei meinem Kanal Tolle Wolle da vorbei. Da findet ihr Anleitungen dazu, wie das Ganze richtig funktioniert und wie ich auch Mützen damit mache zum Beispiel. Und jetzt will ich erstmal reinsehen. So. Ich ziehe die ganzen einfach raus. Einmal die verpacken zur Seite. Wie gesagt, die vier Ringe in den verschiedenen Größen. Ich zeige euch einmal den kleinen. Die anderen sind genauso aufgebaut. Hier mit diesem Pinöppel an der Seite. Da kann man die Wolle dran festbinden, wenn man damit arbeitet. Das kommt ganz auf die Technik an, mit der man arbeitet. Ob man den braucht oder ob man ihn nicht braucht. Und, ja, die anderen sind halt genauso aufgebaut. Die haben auch alle dieses kleine Pinöppelchen an der Seite. Und die Nadel noch dazu. Einmal der Haken. Ja, dieser Haken mit dem etwas größeren Köpfchen. Ein bisschen wie eine Häkelnadel, die oben ein bisschen länger ist. Und die Nadel, um das Ganze nachher zu vernähen. Oben mit einer großen Öse, damit man auch mit Sticker Wolle arbeiten kann. Und, ja, so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, wenn ihr Lust auf Anleitungen damit habt, schaut mal bei meinem Kanal Tolle Wolle vorbei. Ich verlinke euch das Ganze. Da findet ihr auch noch mehr Häkelanleitungen. Und, ja, bis zum nächsten Mal auf dem Spiel mit mir Kanal.